Du studierst Germanistik in Göttingen und fragst dich, welche Wörterbücher du im Umgang mit Texten aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit verwenden solltest? Dann bist du hier richtig! In diesem Video zeigen wir von der Mittelalter-Germanistik dir die wichtigsten Wörterbücher für dein Studium. Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass es nicht nur eine Sprachstufe des Deutschen im Mittelalter gibt. Die früheste Sprachstufe beginnt mit dem Einsetzen volkssprachlicher Texte um ca. 750. Auf das Althochdeutsche folgt dann von 1150 bis 1350 das Mittelhochdeutsche. Das ist die Sprachstufe, die du in deinem Studium in Göttingen hauptsächlich kennenlernst. Ab 1350 bis ca. 1650 folgt schließlich das Frühneuhochdeutsche. Für jede dieser drei historischen Sprachstufen gibt es eigene Wörterbücher. Wenn du die Entwicklung von Lautung, Schreibung und Bedeutung eines Wortes nachvollziehen willst, arbeitest du also am besten mit je einem der Wörterbücher. Die kannst du ganz unkompliziert online aufsuchen. Die Vorteile unserer Wörterbücher werden am besten an einem Beispiel klar. Wir recherchieren dazu das Substantiv DING. Wichtig ist vorab zu wissen, dass Wörterbücher oft sehr lange Entstehungsgeschichten haben. Darum sind sie nicht immer schon komplett fertiggestellt. Das Althochdeutsche Wörterbuch wurde bis zum Buchstaben S erarbeitet. Darin findest du das Althochdeutsche Wort THING und seine Verwendungsweisen im Band zum Buchstaben D. Oder du suchst online über das Wörterbuchnetz. Im Artikel wird deutlich, dass THING im frühen Mittelalter fast ausschließlich im Rechtskontext verwendet wurde. THING bezeichnet im Regelfall nämlich eine Versammlungsstätte oder eine Gerichtsverhandlung. Schauen wir weiter ins Mittelhochdeutsche. Für diese Sprachstufe gibt es drei wichtige Wörterbücher, die du kennen solltest. Zurzeit wird ein neues mittelhochdeutsches Wörterbuch erstellt. Eine Arbeitsstelle befindet sich sogar hier in Göttingen. Allerdings ist dieses neue mittelhochdeutsche Wörterbuch noch nicht vollständig. Darum sind wir auf das ältere Wörterbuch von Benneke Müller-Zahnke, kurz BMZ, und das mittelhochdeutsche Handwörterbuch von Lexa angewiesen, das als Ergänzung zum BMZ konzipiert war. Beide Wörterbücher sind schon im 19. Jahrhundert entstanden. Das macht sich an manchen altertümlichen Bemerkungen und der Kleinschreibung von Substantiven bemerkbar. Unser Beispielwort DING kannst du schon im neuen mittelhochdeutschen Wörterbuch finden. Dabei ist zu beobachten, dass es im Hochmittelalter scheinbar eine leichte Bedeutungsverschiebung gibt. Die Übersetzungsvorschläge und Belegstellen zeigen, dass der rechtliche Kontext des Wortgebrauchs zwar auch im Hochmittelalter dominant ist, aber es kommen mehr Bedeutungen hinzu, die ganz allgemein Gegenstände und Anliegen beschreiben. Das frühneuhochdeutsche Wörterbuch wird ebenfalls gerade noch erstellt. Übrigens auch in Göttingen. In diesem Wörterbuch zeigt der Artikel zu DING, dass das Substantiv allgemein für ein Objekt oder eine Handlung stehen kann. Die rechtssprachliche Verwendung des Wortes gerät in der frühen Neuzeit weiter in den Hintergrund. Die sachbezogene Bedeutung, die im Althochdeutschen noch viel weniger präsent war, nimmt jetzt aber einen großen Teil des Bedeutungsspektrums ein. DING steht nun häufig für einen nicht näher bezeichneten Gegenstand. Zur Ergänzung dieser Funde kannst du außerdem das deutsche Wörterbuch der Brüder Grimm heranziehen. Das Grimm'sche Wörterbuch ist ein bedeutungsgeschichtliches Wörterbuch, das alle vorgestellten Sprachstufen, also Alt-, Mittel- und Frühneuhochdeutsch berücksichtigt. Außerdem wird darin auf andere germanische Sprachen verwiesen, sodass du Herkunft und historische Entwicklung von Worten nachvollziehen kannst. Darum findest du unter DING zahlreiche Belege, die sowohl auf die sachbezogene als auch die rechtliche Verwendung des Wortes hinweisen. Heute wird das Alltagswort DING ganz ohne juristische Hintergedanken verwendet. Die Entwicklung des Wortes und einen Überblick über seine semantischen Veränderungen kannst du aber dank der hier vorgestellten Wörterbücher mit nur ein paar Klicks selbst erschließen. Auch wenn Wörterbücher auf den ersten Blick vielleicht etwas trocken aussehen, sind sie also ein wirklich praktisches Hilfsmittel, um Kulturgeschichte zu erforschen. Wörterbücher 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 Wörterbücher